Bevölkerungsabnahme, weil keine Nahrung, mehr Groll verfügbar. Kann ich die nicht einfach auf Basis dessen so richtig fällig machen? Tja, wenn die die Forderung nicht erfüllen, wird der Kriegsgrund halt gepusht. Dann bleibt hier stehen und bewegt euch nie wieder. Wo saß ich mehr Truppen, kann ich ja jetzt auch nicht aufstellen. Weil Kohle ist am Ende. Nur noch plus 44. Kann ich mehr Truppen im Unterhalt aufrechthalten. Also nicht meine Truppen sterben da in der Ecke. Ein bisschen müsste er noch überleben. Dann bleiben. Dann bleiben. Oh, das ist doch alles scheiße. Ich komme durch die Gebiete nicht durch. Entschuldigung. Weil hier komme ich ins Aztecan-Gebiet nicht rein, weil ich muss durch das Gebiet von den dämlichen, früheren Babylonern. Das selbe Problem wäre ich... Ah ne, hier komme ich durch. Aber ich muss halt ganz außen rumlaufen dann. Wobei, nee, bleibt hier. Miliz bleibt hier. Ihr müsst da hin. Wollen wir die restlichen Truppen. Ihr bleibt da einfach mal kurz stehen. Hi Starsheets, no problem. Sorry that we are only a German stream. Den Tatsch Mahal. Wobei ich nicht verstehe, was bedeutet plus 50% Geld auf ruhige Stadt. This game is like Civilization, but in many kinds different. But the topic is the same. But you can play it like the typical Sid Meier Civilization games. Dann machen wir das, dass wir besser zusammen an Weltwundern arbeiten können. Mein Gott, mein Deutsch. Okay, Armeen kann ich nur auflösen in meinem eigenen Gebiet. Dann mal auf, auf. Okay. Juhu, mein Gräuel-Level ist so hoch, dass ich meine Truppen anscheinend jetzt einfach bei denen durchziehen darf. Thank you for your bits. Bei Stopp. Noch mehr Industrie. So, du willst da eigentlich da hoch, aber da sollst du nicht hin. Du gehst hier in. Wir gehen direkt gegen die Hauptstadt der Azteken. Mal Krieg erklären nachher. Wenn die Hussarenreiter ich mir nicht leisten kann. Aber hier drin sind auch die neuen Milizeinheiten. Das finde ich auch gar nicht mal schlecht, dass die Garnisionseinheiten upgraden. Durch Forschung halt. Den Speer brauche ich nicht mehr. Also weg mit dir. Ach, erneute Bewaldung. Ist ja so schlimm wie bei uns. Hallo, Fool. Will es... Wo ist die Sprengung? Will es... Oh, das ist sie. Ja, das Kupfer ist so erschlossen. Na gut, dann mach erstmal die Produktionsverbesserung. Guck, jetzt ist das mit den Eingemeindungen anderer Städte besser, weil jetzt die Gebiete keiner sind von den Städten. Ich hoffe, dass die drei Armeen einfach ausreichen werden, um die Azteken in den Arsch zu treten oben. Nee, ich will mit euch nicht handeln. Wir warten eine Runde. Auf der Flucht enlang der Grenze verwüstet der Krieg das Reich der Griechen. Rund tausend Menschen haben ihr Zuhause verlassen, um in unserem friedlichen Land Zufloh zu suchen. Flüchtlinge und zweifelsohne auch einige Unruhestifter sammeln sich bei der nächstgelegenen Stadt Thebes. Sie sind erschöpft, aber stolz, voller Furcht, aber doch hoffnungsvoll. Diese heikle Angelegenheit könnte weitreichende Auswirkungen haben. Vor allem lasse ich einfach in die Stadt kommen, wo wir keine Nahrung haben. Krieg erklärt. Ach, die Abzeichen haben wir noch gar nicht drauf geachtet. Diploratie-Abzeichen, Verräter-Abzeichen. Sorgt dafür, dass sein Besitzer entsprechend seiner Stufe Kriegsunterstützung erhält, wenn er einen gegnerischen Bezirk zerstört. Dann hätte ich vielleicht die Kriege doch halten können vorhin. Cool, der Koloss von Rolos. Der olle Penis in die Lufthalter. Okay, der zählt die Sachen immer zusammen und macht den Spruch. Und die verbotene Stadt haben sie. CSD-Truppen hier oben an die Seite dran. So, ihr bleibt in Roma und ihr bleibt in Zeus. CSD-Truppen hier oben an die Seite dran. Dann macht er ihn hier zuerst. Mein Gott, ich bin durch die Epoche schon wieder durch. Perser, Österreich-Ungarn. Dritten. Da! Ach, die Deutschen sind Militaristen. Naja. Und super, Spezialeinheit U-Boot. Mit Öl und Eisen. Und wir können eine Kokerei bauen, um die Produktivität zu steigern. Und dann, wir nehmen natürlich für das Industriezeitalter die Deutschen. Aber damit sind wir schon fast am Ende, was ich zeigen darf. Weil ich darf nicht in das moderne Zeitalter überwechseln. Das kann man zwar auch Sachen, also... Also, beziehungsweise, man kann es halt auch sein lassen. Du musst ja nicht in die nächste Kulturstufe rübergehen. Jetzt, wo ich jetzt auch schon länger gespielt habe, habe ich das Gefühl, äh... Wenn ich jetzt eine neue Partie anfangen würde, wäre es... Könnte ich es besser machen. Als das, was ich hier zusammengespielt habe. Mich aus der Armbrust schützen. Kommt, das spiel ich am 17. August heraus. Ich glaube, es ist der 16. Aber ich darf das Spiel schon vorher zeigen. Schon seit einigen Tagen. Deshalb gibt es seit einigen Tagen hier auch Streams dazu. Ich lasse den mal eben auflaufen. Wobei... Ich lasse es automatisch gleich berechnen. Witzigerweise ist die automatische Berechnung hier drin besser als die automatische Berechnung, äh... Wenn du sie anklickst, habe ich das Gefühl. Es ist was anderes als Civilization. Finde ich. Gesamte Spielweise und... Es sind so viele Sachen unterschiedlich. Ich weiß aber, warum die KI in der Automatsprechung abfuckt. Weil die Fernkämpfer nach vorne zieht. Ist ja eh gerade anscheinend der Fehler drin, dass Armbruchsschützen ständig das Problem haben, die Sichtlinien zu haben. Ich konnte ja am Anfang noch mit meinen berittenen Sozialeinheiten... ...kont ja fast alles über drei Felder angreifen. Und bei den Armbruchsschützen klappt das anscheinend nicht. Es ist ein gutes Spiel geworden. Man muss es aber wahrscheinlich noch ein bisschen länger spielen. Aber ich war kein Fan von Endless Legion. Und es hat halt sehr viele Ähnlichkeiten an Endless Legion. Weshalb... Es hat schon mich so ein bisschen abgefuckt an manchen Stellen. So. Die Deutschen kommen auf die Weltbühne. Es sieht unübersichtlich aus, weil man noch nicht weiß... Also wenn du Civilization spielst, sind es viele Sachen in den Hintergrund. Und hier muss ich ein bisschen reinarbeiten. Weil es halt auch sich nicht wie Civilization spielt. Deshalb überlastet das dann am Anfang ein bisschen. Weil du willst es gerne wie Civ spielen, aber du kannst es nicht wie Civ spielen. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Weil die Ausrichtungen, wie man ein Spiel gewinnt, anders sind. Also sie haben sich ein bisschen von Paradox-Titeln inspirieren lassen. Jedenfalls in dieser Kriegserklärungsgeschichte mit Kriegsunterstützung. Weil es ja bei Civilization gar nicht gibt da... Also du hast zwar bei Civilization auch sowas in der Art wie eine Kriegsunterstützung, die mit der Zeit abnimmt und die Bevölkerung immer mehr angepisst ist. Aber es läuft so im Hintergrund und es ist halt so belanglos, dass du es fast ignorieren kannst. Und hier ist es halt mehr im Fokus. Und da ist eine Sache, die wollten die Informationen alle nach vorne holen, während du Civ einfach durchklicken kannst, ohne dass du jemals mit gewissen Informationen, die dahinter laufen, in Berührung kommst. Und hier kommst du halt mit allen Informationen in Berührung. Mein Empfinden bis jetzt. Alles wird irgendwo gezeigt, erklärt. Danke fürs Folgen, Monos. Und aufgelöst. Aber dadurch hast du halt eine gewisse Informations... Wieso? Informations... Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Tut mir leid, ich wurde vor zweieinhalb Tagen geimpft. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen Hitze-Wallungen. Und man gehen funkt ja nicht so hundertprozentig. Aber du hast halt einen ziemlichen Informationsüberfluss erst mal. Aber in der Zeit funkt man sich da rein. Wie Luxus-Ressourcen, die rechts oben direkt aufgelistet werden. Die normalen strategischen Ressourcen. Einfluss ist natürlich auch eine Sache, die Civilization nicht hat. Aber Einfluss wird benötigt, um Gebiete zu erweitern. Das ganze Stadtmanagement ist total anders als die Civilization. Ich weiß nicht. Also frühe Moderne könnte... vielleicht sein, dass wir jetzt auch Panzer irgendwann bauen können. Aber ich bin von den... auch schwierig jetzt... Wir sind ja von der Epoche jetzt relativ weit. Und da du ja die Epochen durch die Epochen-Sterne sammelst, könntest du natürlich in Epochen viel schneller voranschreiten als durch Wissenschaft. Du bis jetzt bist... Weil ich hänge in den Wissenschaften vom Mittelalter noch drin, bin aber schon im Industriezeitalter von den Epochen. Und da haben die sich, glaube ich, ins eigene Fleisch so ein bisschen geschnitten, weil du dieses Epochen-System gar nicht synchronisieren kann mit der Wissenschaft. Also ZIF hat ja nur das Problem, dass du ja durch die Epochen gehst, durch die Zeitalter auf Basis der Wissenschaft. Also ein paar Wissenschaften werden erforscht und dann wird gesagt, okay, jetzt wird die nächste Epoche ausgelöst, weil irgendjemand da so weit fortgeschritten ist in Sozialforschung und in der Wissenschaft. Und hier wird das halt durch diese Sternchen gemacht und du kannst es halt schon pushen. Also gehst du sehr schnell voran, während du halt forschungstechnisch immer noch im Mittelalter hängst. Ah, frühe Neuzeit sind wir gerade reingerutscht. Also gerade frühe Neuzeit, aber am Anfang, und wir sind halt schon eine ganze Stufe weiter, also werden halt im Industriezeitalter schon. Und ich glaube, das muss noch ein bisschen justiert werden. Obwohl ich glaube, es wird schwierig, das wirklich aneinander zu bekriegen. Dass das ein bisschen logischer ist. Es ist eher closer zu Zivilisation als zu etwas wie Europäer Universal 4. Universal? A-U-4 The only thing that they take from the Paradox game is that you have something like this. If you are in war, you need the support of your of your of your villagers from your people. When you don't have the support of your people, you lose your war. and this is very typical for Paradox games. That's the only thing what is close to some games of Paradox. Everything else is more like Zivilisation in other way. Yes, war exhaustion. Sorry, I don't know the English word for this. forward. Die deutsche Figur sieht wie ein geschminkter Mann aus. Der Avatar selbst darf ich noch nicht zeigen zu. Es gibt einen Avatar-Editor, mit dem du in der Lage bist, deine, ähm, deine Spielfigur zu designen. Also selbst zu designen, aber den darf ich noch nicht zeigen. Deshalb du hast keine Vor-, also keine Anführer, die vorgegeben sind, wie sie aussehen sollen. Das machst du selbst. Aus den herzlichst aufgenommenen Flüchtlingen sind produktive Bürger geworden. Das ist doch das Best-Case-Szenario. Außer jetzt kommen die Leute und sagen, sie klauen unsere Jobs, weil sie arbeiten. Bei der Guckerei macht plus 36 Produktion in der Stadt. Ein Hoch auf die Deutschen. Ihr könnt nun keine Staatsreligion mehr einsetzen, neue heilige Städten bauen oder Dogmen bestimmen. Ihr werdet immun gegen religiösen Groll. Die derzeitige Staatsreligion wird durch Atheismus ersetzt. Ihr könnt nun keine heiligen Städten mehr bauen. Ach, trennen wir uns einfach von dem Apparat. Turn-Based Grand Strategy fühlt sich wirklich weirrt an mir. It's okay. For me, boos sind gut. Real-time oder turn-based boos sind sehr gut für ein guter Strategie und ich sage, Paradox Games sagen, es ist real-time aber für mich es fühlt sich als es turn-based ist. Weil du immer die Möglichkeit zu pause die Spiel und manchmal du hast zu viel Zeit zu machen zu machen. Fake Decisions So, ihr werdet jetzt einfach mal hier stehen. Ah, die haben doch eine Auswirkung auf Stabilität oder muss jede besetzte Stadt wirklich Truppen da stehen lassen. Was für eine ungünstige Situation. Ich fahre da jetzt nicht 13 Runden nach Knossos rüber. Ich fahre da jetzt mit dir. Ich fahre da jetzt mit dir. Ich fahre da jetzt Oh, shit. Fulfilling my demands is no longer necessary. Oh, shit. A proposal for you. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Na gut. Da muss ich wohl wieder Krieg gegen alle führen. Oh, shit. 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 Das Feld Verschmutzung ermöglicht euch aktuelle Verschmutzung und die Verschmutzungsproduktion pro Zug im Auge zu bereiten. Haltet die Zeiger darüber, um weitere Einzeiten zu erfahren. Meinst du das hier? Ne, das ist einfach nur Nebel. Weil die Kokerei macht Verschmutzung. Wie hier. Aber so ist das, industriell. Im Schutz der Nacht, die prächtige Metropole Memphis bereitet sich immer weiter aus und die Unterkünfte der gigantischen Arbeiterschaft reichen von Barackensiedlungen bis hin zu Elendsvierteln. Jeden Tag legen viele Bürger große Strecken zurück und geraten manchmal auch in die falschen Stadtteile. Eine perfekte Voraussetzung für Mörder, von denen nun einer des Nachts die Straßen durchstreift. In den letzten drei Monaten hat er 13 Opfer gefunden. Die Bürger sind voller Angst und Schrecken. Wir werden die Straßen beleuchten. Wobei es immer noch keinen nachweislichen Beweis dafür gibt, dass eine Beleuchtung der Straßen, äh, irgendeinen Einfluss macht auf Kriminalität. Nachts. Es ist einfach nur ein Pseudosicherheitsgefühl, was Beleuchtung erzeugt. Aber es gibt, äh, da habe ich nämlich letztens nochmal eine richtige Dokumentation oder beziehungsweise eine Berichterstattung zugehört. Ähm, weil wir haben ja einige deutsche Städte, die machen ja die Beleuchtung nachts komplett aus inzwischen, um Strom zu sparen. Ab einer gewissen Uhrzeit. Und es ist keinerlei Erhöhung der Kriminal-, also der Kriminalität festzustellen. Achso, Verschmutzung gilt für den ganzen Planeten. Juhu! Also gibt's globale Erwärmung. Granted. Wir akzeptieren. Wir akzeptieren. Wir akzeptieren. Wir akzeptieren. Erstmal noch mehr verschmutzen. Nachts einfach die Bordsteine hochklappen, dann bleibt jeder brav zuhause. Wird auch nichts bringen. Kann dir auch sagen, woran das liegt, weil es bleibt ja nur der gesetzestreue Bürger zuhause. Kriminalität, also Leute mit krimineller Energie, würden ja trotzdem rausgehen. Ich pflanze mal einen Wald. Ich pflanze mal nicht. von deutschen besetzt das schaffst du noch ich hoffe du hast jetzt den normalen krieg aber sieht erst mal so aus aber witzig der verschmutzungsgrad ist jetzt auch nicht so informationsreich die meiste verschmutzung von deutschen schön und gut hafen hat eine synergie mit marktvierteln wobei ich gerade sehe wir haben hier zu wenig wir haben hier auch immer noch zu wenig futter die globale vernetzung schreit voran da ihr reich die vorherrschaft hat wird eure sprache mittlerweile in vielen isolierten flecken der erde als lingua franza genutzt überall auf der welt lernen die menschen wie man sich in euren worten austausch streitet und beschimpft diese entwicklung amüsiert euch und ihr beauftragt euer personal ein genaues auge darauf zu haben der stratege in euch überlegt bereits wie man dies zum eigenen vorteil nutzen kann naja ist ja auch nicht so viel was da in wissenschaft rumkommt obwohl ihr so weit weg seid seid ihr trotzdem in der belagung drin na gut ja guck mal euch kann ich außen rum schicken die die lasse tut 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 du tut tut Student ich nicht unused Ja ja Back Tod Weil da hat das jetzt geklappt. Weil da ist mein Armbruchsschutz noch einfach nicht über eine Mauer schützt. Ich muss das mal anschreiben nach Sega. Ich hab ja den Kontakt. Ob das so beabsichtigt ist. Aber das müsste doch, das ist eigentlich Lachen, die müsste doch aufgefallen sein. Auf geht's! Ah, sehr gut. Hier ist ein weiteres Eisen drin. Dann können wir wieder Truppen aufbauen. Oh, die kosten drei. Ah, wir können die Flügel-Rossaren auch bauen. Unsere Terror reisen unerkannt und geben Informationen zur gegnerischen Truppenbewegung weiter, können aber auch Chaos im Feindesland verbreiten. Kann nur von übernachbarten Einheiten gesehen werden. Ich denke mal, das ist der moderne Speer. Also es gibt so gesehen schon eine Kontrollzone für Armeen. Wenn man sich bewegen will, wenn du in der Nähe von der Armee bist, kannst du nur ein Feld um dir herum gehen. Aber ich weiß, was du meinst. Es wirkt auch wirklich so, als wenn die Kontrollzone halt nicht so wirklich gilt. Vor allem in den Schlachten, wenn du mehrere Truppen da drin hast. Do not waste my time. So, ich krieg gegen pazifisch- pazifistisches Reich. Ähm, bo-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. So, du hast hier aber auch eine Kokerei gebaut. Und ja, schön, dass die Stadt rebellisch ist. Also nicht schön, aber es ist halt... Weißt du, die Stadt ist besetzt. Ich meine, hat Truppen halt da einfach stehen. Und dann fällt die einfach mal plötzlich runter auf, äh... Auf Stabilität 5%. Du kannst halt nichts machen. Ist halt dann einfach so. Ich höre mal die Milizeinheiten auch. Sehr geringe Verschmutzung. Ach, da sind nochmal Verschmutzungszeichen. Du bleibst erstmal stehen. Und du kommst jetzt in den Kampf mit rein. Niedrige Stabilität führt zur Rebellion der Stadt. Wann greifen ich welche an? Ich werde gerade angegriffen. Schiffe. Ich habe so keine Ahnung, wo die plötzlich herkommen. Ich habe so keine Ahnung, wo die plötzlich herkommen. – I habe so eine Ahnung, wo das nicht herkommen. Ich habe so eine Ahnung, wo die continually herkommen. Und jetzt lag ja davon. Die Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was sind denn die Miliz? Ich habe immer das Gefühl, die sagen Timme. Timme! Ich habe noch keinen Anweis gegen die Schiffe mache. Was können die denn? Ein Feld weist schießen. Ja, und meine Bogenschütze können auch viel auf die Schiffe schießen. Und die Landtruppen sind alle tot. Und die Schiffe können nicht mal auf mich schießen. Also hat sie wahrscheinlich einfach in seiner Stadt rumstehen gehabt. Und das hat sie mit dem Kampf jetzt. Upsala. Bauen wir mal eine Kogge. Dann können wir die mal auf Affortion schicken. Auto erkunden. Dann können wir den anderen Kontinenten ein bisschen angucken. Oder kannst du auch noch nicht tief in die See fahren? Doch. Zug ist nicht verloren. Der fällt auf 0% runter. Aber da ist sie mir noch! Was sind gerade in der Werder? Ja. So, Aztecna haben die Kriegsunterstützung fast verloren. Ja, da haben die schon verloren. Muss ich das machen? Anscheinend schon. Ihr seid noch nicht bereit zur Kaptulation und wollt weiterkämpfen. Ja, kann ich leider nicht auswählen. Ich bin ein guter Kaptulation. Ich bin ein guter Kaptulation. Ich bin ein guter Kaptulation. Krieg ist so zeitaufwendig. So, jetzt kriegst du direkt Stabilität von 100. Juhu. Und du kannst dir auch eine Kokserei direkt. Ihr habt natürlich nicht gesagt, I fisted you. Marv wird erwachsen. Lass mich wieder so weit reisen. Also kriegstechnisch sollte ich Zippa und Babylon in Angriff nehmen. Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet. Sieg ist Sieg. Ich hab da jetzt das Gefühl, dass mein Schiff keine Lust hat rüberzufahren. Dann muss ich das selbst wohl ein bisschen anleiten. Das Auto erkunden auf See scheint nicht so zu laufen, wie ich mir das gedacht habe. Das Auto erkunden auf See scheint nicht so zu laufen, wie ich mir das nicht so zu laufen. Das Auto erkunden auf See scheint nicht so zu laufen, wie ich mir das nicht so zu laufen. Ach, scheiße. Bleibt hier. Da ist ein besetztes Gebiet. Ich bin halt nicht so zu laufen. Du kannst mich nicht so zu laufen, weil ich mich nicht so zu laufen, wie ich mir das nicht so zu laufen kann. Aber, das ist ein besonderes Gebiet. Ich habe so viele von diesen Standarderweiterungen nicht in den Städten gebaut, weil ich da gar nichts zu kam.